Ich bin dann mal weg. Ja, au. Spät. Kopfkiefer, warum treffen die immer Kopfkiefer? Obwohl ich rumzapp. Warte mal. Warte mal. Alter. Schon wieder zwei Kills, aber nicht da, wo ich es haben möchte. Ich habe gemerkt, wie ich mich hinter dem Gabelstapler in Deckung gebracht habe. Also, in echt sozusagen. Ach, blei. Lässt du mich allein? Na, ich renne schnell raus, dann geht es weiter. Aber die AKS, ich liebe die Waffe irgendwie ein bisschen gemottet. So eine ganz, so, die ist auch relativ zahm, so auf die Distanzen, so. Weißt du, für Factory ideal eigentlich. Okay, gut. Da. Huh? On. Das war's für heute. Und da hat doch noch einer gelegen, Alter. Was ist denn das? Was war denn das? Klotzt mich mit seiner Clowns-Maske an, Alter. Aber ich habe vorher mal drauf geschossen, aber ich habe ihn wahrscheinlich nicht gehittet oder so. Jetzt ist er zusammengebrochen, erbarmungslos. Ich habe doch gewusst, irgendwo hat er sie hingelegt, um zu looten. Aber ich war mir nicht sicher. Aber hatte der andere, der hatte ja schon nicht auch eine Clowns-Maske aufgehabt? Naja, hat er. Ach, der hat da sie sich wahrscheinlich gerade genommen und aufgesetzt. Was ist denn das? Was kann das, mein Schatz? Ach, die Saiga ist das. Ist da wasch ausgeplatzt? Was ist denn? Ach so. Was ist weg? Komm her. Ich bin ein bisschen überfordert. Die Saiga mit Flechette und den großen Magazinen, da geht was. Oh. Oh. Ich bin eine Waffe. Das war mein Magazin leer oder was? Oder habe ich Ladehemmungen gehabt? Oh, es ist leer. Boah, ich habe hier zu tun, Alter. Das kannst du dir doch nicht vorstellen. Wie in der Ernte. Aber geil. Dann nehme ich die Schrotfliene gleich mal mit rein, meine ich. Ich bin bei der Ernte. Hier ist Erntetankfest angesagt. Oh, wasser. So, jetzt habe ich noch da vorne was zu schröpfen. Ich muss nun kommen. Danke, Kaiser. Das lohnt sich. Absolut. Das ist ein Schmutz. Es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Das war's für heute. Fallklippen. Ich komm hier ewig nicht raus. Da vorne stehen auch noch zwei Scavs. Ich komm hier ewig nicht raus. Ich komm hier ewig nicht raus. Ich komm hier ewig nicht raus. Es wimmelt hier überall. Ja. Ich komm hier ewig nicht raus. Das war's für heute. Von, von! Mich erinnern, da geht das anders, das ist die Möglichkeit. Auf und gut. Naja. Ja, hab's ja raus. Drei Jusex. Das geht doch. Fünf Skefs. Naja, war ein guter Rät. Mhm, definitiv. Gutes Zeugs rausgeschleppt. Gutes Zeugs. Gutes Zeugs. Gutes Zeugs. Gutes Zeugs.